So, da sind wir auch wieder, ähm, ja, für mich quasi noch am gleichen Tag, ich nehme jetzt alle vier direkt nacheinander auf, äh, das wird als Spaß, so, ja, halt, okay, Schlachtplan, da wo der rechte, rechte Shotgunner steht, geht's rein. Wir sollten also zuallererst direkt ihn abknallen und dann reinrennen, oder direkt beim Reinrennen ihn abknallen, dann hätten wir erstmal Zuflucht, weil rechts sind Imps, links ist, glaube ich, auch ein Imp, dann ist es hinterher noch zuerst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das gibt eine Katastrophe, nein, achso, ich bin Pausenmüdie, ja, perfekt, auch gleich speichern, gleich speichern, gleich speichern. Wuau, holy, what the fuck, what the fuck, Alter, schießt noch einmal direkt an meiner Nase vorbei und ich nase die gleich mal ein. Okay, da sind auch noch welche. Oh Gott, das sind ja ganz viele. Ich glaube mal, die wäre da effektiver. Was? Was wurde denn? Ach, scheiße. Bitte, geh weg, bitte, geh weg. Wo kommst du denn her, bitte? Was ist denn eine Verschwendung von Munition? Komm jetzt her. Du! Tod. Noch jemand, der hier... Oh mein Gott. Wir werden Hartz viel Munition brauchen. Dicker! Ich lasse mich hier mit Auto-Aim. Noch einmal. Komm jetzt. Noch einer. Komm. Okay. Ich hoffe mal, alle tot. Mit Chats ist ja ein bisschen schlecht. Mann. Das da. So. Ja. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay. Kann man hier lang? Was gibt's hier? Ein Schalter. Leco mio. Oh mein Gott. Nein, wir sind gefangen. Äh, man konnte da rein? Mal komm jetzt. Okay, hier brauchte man erstmal einen Key. Den wir natürlich nicht haben. Danke dafür. Das heißt... Da hat er sich auch sofort Scham bekommen für diesen kacken Magma. Konnte man hier irgendwas machen? Wenn man hier so rum geht? Nee, die Dinger gehen noch nicht runter. Wir müssten also erstmal irgendwo hin, wo man irgendwas machen kann. Oh, Raketen. Danke. Hier war auch nichts. Die Tür da vorne, die war geschlossen. Und ich weiß noch so ungefähr, worauf... Erster wird's? Genau. Ah nee, bringt uns also erstmal alles nicht. Wir müssen also doch erstmal da vorne irgendwo bleiben. Wow. So. Ach ja, hier geht's ja rein. Ha, stimmt ja, da war ja was. Fuck you, ich hasse dich. Och komm, jetzt gebe ich auf da, meine Fresse. Okay. Wow. Och, Junge. Meine Milch, was direkt am Tickfluss ist? Oh, hä. Möchtest du hier lang? Ach, hier gibt's auch noch ein Weg. Wo führte der hin? Ach, direkt hier rein. Wow. Ja, ist ja gut. So, hier war eine Falle. Wie auch immer die Falle ausgelöst wurde, ich hab keine Ahnung. Da sieht man auch nichts. Leider gibt's ja keine Taschenlampe mehr. Sowas gibt's hier in Valila nicht. Ah, okay, damit wird die Falle ausgelöst. Ach du Scheiße, ich war immer verarschend. Oh, jetzt schießt doch mal. Von hinten schon wieder? Oh Gott, werde ich schon wieder von allen Seiten beschossen. Von wo denn? Ach, von oben, na klar. Na klar, von oben. Von wo auch sonst. Bitte von wo auch sonst. Du wirst Geburt antraben. Noch jemand, der jetzt auch ist möchte? Ich hoffe ja mal nicht. Für euch. Ich bin jetzt auch. Das war's. Die KI ist ja sowieso etwas unerkrumpbares. So, hier wird das spaßig. Hä? Oder auch nicht? Kann man doch noch mal rein, was ist das hier? Oh! Ah! B! Haha! Ich hab doch den geblockt! Ja, du Nu! Jetzt kann das Ding nicht mal zugehen! Hahaha! Egal! Lass doch mal! Pupp! Zu! Gut! Okay! Jetzt das Ganze ein bisschen seriously! Hä? Oh Mann, du! Oh Mann, du! Ich muss jetzt mal reinlaufen, ne? Ja! Kann ich eigentlich auch gleich von hier drinnen öffnen, oder? Ist das gefährlich? Es geht! Es geht tatsächlich! Okay! Jetzt hier kommen die kleinen Motherfucker! So, wir haben nur noch 140 Schuss! Reicht das, oder sollte ich einfach mal mit der Plasma durchrennen? Das wäre wahrscheinlich die beste Alternative! Weil wir haben auch hier leider keine Rüstung irgendwo, soweit ich weiß! Da unten war zwar irgendwo eine Rüstung drin, aber ich weiß nicht mehr genau wo die war! So, erstmal soviel wie möglich erledigen! Und dann würde ich mal sagen, wir haben noch 72 Munition, also reicht das sowieso nicht mehr für alle! Insofern! Wir haben gerade überhaupt Schmerzen bekommen? Wir haben gerade gerade gar keinen Schaden bekommen, oder? Von dem von dem ich dachte, da wo man drauf langläuft, da kriegt man Schaden! Oh Junge! doch am Arsch äh, ich dachte, da da, da, ja, da hat man Schaden oder so ach, ich bin nicht hier oben ach, ich kann nicht da hinten landen, klaro ah, so ist das gedeckt, glaube ich ist ja noch gar nicht offen ja, ja, gut, jetzt ähm, ja, wie denn dann wie denn dann am Tumpf ah, wow, wow der egal, das war ja weiter geschossen als, ich weiß nicht wie kriegen wir das Ding da auf gibt es hier nur noch was das machen kann ne, ne gut, auf jeden Fall sind die Teleporter runtergefahren wir können also jetzt Telefranken was mir persönlich ganz lieb ist haben wir nämlich mal eine Bedrohung weg hä? die sind nicht runtergefahren, warum sind sie nicht runtergefahren? muss ich ihr voreinander klaufen, oder was? ah ja, ich muss voreinander klaufen boah, ja ich fick deine Oma ins Krab schon wieder zu weit ey, ich fick das nicht ganz langsam langlaufen danke dafür boah, alter der kriegst du aber auch echt na komm, na dass ich dir einfach nur geblockt werde, ey das ist ja na komm, schieß, danke so, jetzt gar nicht langlaufen die Frage ist, ist der andere jetzt auch runtergefahren oder ist nur einer runtergefahren boah, alter okay, beide weg sehr schön damit kann man noch leben so, jetzt habe ich aber die blaue Karte aber die blaue Tür ist noch zu oder ist jetzt mittlerweile auf? ich gucke mal ganz kurz nach ne, ist noch zu das heißt, wir müssen immer noch herausfinden, wie wir die Tür öffnen ähm wir haben auch noch keine, keine keine gelbe Karte goddammit ähm wir können also auch nichts gelbes öffnen gut, ich laufe nochmal lang vielleicht haben wir hier einfach irgendwas übersehen weil hier gibt es ja noch eine andere Richtung es war die Richtung kann man auch ja klar, genau hier war ja noch was eh ich schon wieder ähm ja älalalala ich habe Freunde dreh auf okay danke okay, und jetzt einfach los ballern weil jetzt kommt nämlich, ich glaube, die hat ein äh ja doch genau die Fiecher hier was? warum hält so viel aus? man ey Arschloch hier gab es nichts mehr? okay, also doch hier raus ne, auch nicht hä? nani? ähm ich bin gerade ein bisschen verwirrt ich hoffe, man merkt es nicht ah so weiter zu gehen okay so, damit kamen wir dahin gab es noch was anderes? ich hab's doch noch aha sehr schön gut, damit haben wir jetzt was haben wir jetzt eigentlich gemacht? haben wir jetzt die blaue Tür geöffnet da hinten oder? ja, haben wir jetzt die blaue Tür geöffnet da hinten oder? ja, haben wir okay, gut dann können wir also jetzt da hinlaufen ich hab's noch was dann die blaue Tür geöffnet da hinten oder? Also optisch absolut geil Augenweide Ach genau, jetzt haben wir die gelbe Karte Damit können wir jetzt da hinten in die gelbe Tür rein Jedes Mal kriege ich mir das nicht einmal Schaden Ihr wollt mich doch hier Verarschen So, hier haben wir die gelbe Tür Und da geht der Spaß los Da gab es nämlich so einige Gegner Wir haben gerade mal 60 Kugeln hierfür So, Rest mit der Schrotflinte Davon habe ich gerade noch meine Produktion Nein, aufbleiben Bitte aufbleiben Ich brauche einen Fluchtweg Bitte auf Ach komm, hier, ganz ehrlich Ach komm, hier Oh, Alter Oh Okay Gut Was? Oh Hä? Oh, Alter Erdab jetzt? Hä? Digga, wo geht das hier Wasser auf? Bitte Nani Oh my wow Also Hier geht gar nichts auf Da geht gar nichts auf Hier Ach, wenn ich da hinlaufe Geht das Ding hier auf Okay Wenn ich hier rauf drücke Geht das Ding runter Aber als ich da kein Leben rauf gedrückt habe Geht das Ding nicht runter Doch Aber würde ich verarschen, oder was? Digga, manchmal denke ich Den spiel mag ich hier nicht Stirb halt Er lebt immer noch Ah, Mann, nein, nee, nicht gut Stirb halt So Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ah, los So, kann ich jetzt hier Ja, ich kann hier lang Okay, sehr schön Yeah Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Wow, 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 wow Okay Nein Warum sitzt hier wieder Pinkies? Äh, Imps Hast du von hier? Ich will doch nur durchsprechen Was war ich glaube ich die Scheiße Ähm Geht doch Alter Das war noch weiter Okay, sind wir hier bei der Verlützten mit? Bei der Vorverlützten Okay, dann mache ich die auf jeden Fall noch Stopp halt Oh, ne du Das kannst du deiner Großmutter zählen Die ist inspekt drin, ne? Die gehen mir so hart auf die Eier Arschloch Es stimmt aber auch kein Einziger Mann, warum Warum lebt ihr mich heute gar nicht so lange? Digga, ihre Halbwertzeit sollte gerade mal ein paar Sekunden gehen Bitte einmal sterben Oh, jetzt reicht mir langsam Wo kommt ihr schon wieder her? Von wo denn hier ist noch gar nichts? Wollt ihr mich ruinieren? Wenn man dieses rein teleportiere Rein geht teleportiere So Ja komm So, da hinten war ich noch Hä? Wo kann man denn? Ich kann doch auch noch so eine Oh, Digga, ein Prozent leben Ne, 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 ne Das wird gar nichts Das könnte man schön vergessen Und ja Die teleportiert sich rein Die teleportiert sich einfach überall rein Och Mann, ihr wollt doch verarschen hier Na komm Wann teleportiert sich wieder Dieser Scheiß Schattgarnerein? Hä? Hä? Okay Okay Noch jemand, der sich rein teleportieren möchte? 37 Prozent leben Das ist ein Abfütter Das ist ein Abfütter mit Ja komm Leg mich doch, Alter Also wieder warten Ach, jetzt komm doch mal So Na Alle weg? Hä? Bis die nicht drei Shotgunner sind? Warum war eine bereits tot? Oder teleportieren sich die von da unten hier oben rein? Krass Stimmt, da unten sind da ein Teleporter, ne? Von daher wäre das richtig gesehen möglich Verwucht, verdammt Kann ich schon dunkel hier auf einmal Ey, ich sehe nichts mehr Okay, das war ein Secret Ach, hier ist was Und jetzt? Hä? Achso Okay Wo bin ich jetzt so? Blaue Fackel Ach du Scheiße Äh Ach der Raum Ja, ich erinnere mich wieder Nicht gut Ich muss definitiv erst mal die Pinkies erledigen Boah, dass man die aber auch absolut nicht sieht, ey Warum brauchen die jetzt immer drei Schüsse? Haben die ein Level abbekommen oder was? Spielen die hier Clicker-Imos oder wie? Na komm her Mann, ich hasse, dass die Raketen übergegenfliegen Ne, das ist nicht Fick deine Oma So, wo bin ich jetzt? Ich hab keinen Man kann mit den Raketen und mit dem Plasma Echt überhaupt nicht schießen Gar nicht schießen Na, siehste Komm doch Du Gottverdammter Hurensohn So, erst hindrehen Jetzt nochmal speichern Damit ich nicht jedes Mal jetzt gucken, wo ich bin Oh, na dann kommt man alle her Na, hier kleinen Clicker Hier rein, bitte reinkommen Wir haben geöffnet Wäre schon fast richtig Noch ein bisschen, noch ein bisschen Jawoll So, noch jemand, der Müll möchte So, kann ich mich jetzt erstmal hier auf konzentrieren Noch 32 Schuss Es ist doch echt scheiße dunkel Nee, von da kann man nicht schießen Dann muss ich also auf die andere Seite drauf Ah Okay, mach ich mal noch nicht Ach du Kacke Alter Boah, ey Haben die mich grad Alter Nee, du Dass man die auch alle nicht sieht hier Scheiße dunkel hier Okay Okay, whoops Fuck Das war Dumm Das war richtig Dumm Okay Ja, komm hier Hier So, da ist wahrscheinlich der, der sich die Ross teleportiert hat Danke dafür Komm, jetzt mach halt einfach Nee, kommt nicht raus Ach, ich habe da noch gar keine blaue Karte Äh, rote Karte Das lohnt sich also eh alles gar nicht Was ich hier grad mache Äh, wo kommt ja eine Karte ran Kommt irgendwo eine rote Hä, aber da war doch Moment mal, Moment mal, Moment mal Hier war doch die rote Karte Da muss ich irgendwie hinkommen Wo ist denn das? Äh Hä? Ah, lol Okay War ich also, war ich also doch richtig Hallo Ja, 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 ich muss mal hier jetzt eins drauf machen Und jetzt? Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das für eine Tür? Hä? Okay Okay Moment mal, ist da oben, ist da drüber irgendwas? Das ist hier, ne? Nee, dahinter sieht erst mal so aus, als wenn da nichts wäre Aber ich gehe nochmal nicht das halber hoch Nicht, dass wir irgendwas gerade verpassen Digga, durch dieses grünliche, die sieht man jetzt noch weniger Da hinten Ja, da ist gar nichts Ich verstehe das nicht Aber gut, dann lassen wir jetzt erstmal da komplett ignorierenderweise sein Der Digga, der Raum, da war ja was Ich würde gerne, komm weg damit, dann, weg Boah, Alter, wir haben noch die Hälfte an den Gegner Und der Raum hier, der wird, glaube Etwas schwieriger Da, komm Weg da, Mann, Junge Oh, hier seid doch alle beknackt, hier seid doch alle bekloppt hier Okay Jaa, es sind natürlich 50, die alle von oben kommen Mann, ey, den gibt's ja gar nicht Nee, wie, wie, na Sooo, Mann, wir Hallo, du hatten nein wie lange braucht ihr mich umzubringen leute ihr seid doch total behinderte ich sehe so ziemlich genau gar nichts gut die kommen die kommen genau von nirgendwo das ist sehr auf alle kräftige ich wüsste einfach mal hervor die kommen doch nein 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 ihr klein durchgebrannten salat warum warum nicht so nachgucken sohn das problem ist wenn man die waffe drückt oder loslässt hat er erstmal cool downtime ist so behindert wie willst du da muss wirklich dauer haben du musst wirklich dauerfeuer machen und ich weiß wo du hinschießt weil die ganze zeit wie süß der siehst ist das behindert man wer aus der gewissen waffen hier es stimmt doch mal wie viel muss man brauchten ja eigentlich Nee, 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 das funktioniert doch nicht. Nee, ist ja alles zu eng. So, noch 10% Leben. Ach du Scheiße, Alter. Ist das bekloppt, ey. Auf so'n engen Raum zwei fucking Kacko-Demons. Ihr wollt mich doch verraten. Ja, ihr wollt mich verraschen. Ja, dann teleportiere ich halt raus. Ach, sie muss 20% Leben. Wow. Alter Schwede, ey. Na kurz, komm doch mal. Wie gestern mit Auto eben? Danke. Ja, komm ja, du halt erstmal weg hier, du Gottverdammt. Nee, den Einten trifft er nicht, weil er zu weit weg ist. Jetzt hab ich keine Emotionen mehr. So, jetzt wieder rausrennen, weil er meine Waffe weggepackt hat. Du mitkommen, damit ich dich wegschießen kann. Ich hab' mir gedacht, ich hab' mir gedacht, wer findet diesen Dreck? So, noch einer. Oh, lass doch, lass uns n'st. Boe, ey, dass ich so garne. Aldo, die Waffe es mich hierbächtet. Oh. 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 Bitte komm her! Hallo? Hallo? Ach Mädel! Danke! Okay, jetzt mal gucken, was ich überhaupt machen kann. Hier ist das Hyper Demon. Genau. Ja, aber wir hängen hier erstmal kurz auf. Fick die Wand dann! So, gab's hier nicht irgendwann, wo man langlaufen konnte und man dann... Ah genau, hier. Nein! Das geht auch gar nicht. Alter, wie macht niemand hier... Oh Gott, Alter! Hä? Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Na, das war falsch, auf jeden Fall. Nicht gar nicht, was ich gemacht habe, das war falsch. So, der muss hier rüber, ne? Sche... Speicher doch mal! Deger, wie viele Teleportes gibt es hier denn bitte eigentlich? Komm, du musst einfach mal sterben hier. Danke. Nur 66% leben. Wo komme ich hier hin? Okay, ich hätte noch erstmal dieses Ding da holen können. Oder auch nicht. Doch, kann ich. Yeah! Was war das denn grad schon wieder? Warum hat der grad die ersten 20 Male nicht geschlagen? Ey, ich schlag dich gleich mal! Speichern! Speichern! So, Peter, hier, hauen! Danke! Goddammit! Das Spiel verarscht mich! Die ganze Zeit! Du, antraben! Hallo, halt! Aber links oder rechts? Mehle! Och, jetzt kommt ja immer in die Richtung, wo ich nicht langlaufe! Gibt niemand an! Achso, genau, das war das, wo wir grad waren! Ach, das ist schon das Ziel! Okay! So! Welche Map ist das jetzt? Das ist jetzt die vorletzte. Okay, das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Maps gemacht. Bist du mal, ja? Muss ja! Genau, doch! Haben wir zwei Maps gemacht. Wir haben insgesamt mehr als eine halbe Stunde. Sollte reichen. In dem Sinne, dann morgen die letzten zwei Maps. Mal gucken, wie die werden. Schau mal, V!